5 Euro, ja, bin dabei, Belt, it's on. Mach Handshake, Virtual Handshake. Ich, äh, ich handshake mit, mit Janbo dafür. Ja, ich habe, ich habe gehandshaked, Belt. Du kannst mir vertrauen. Okay, ich habe Geld auf Bugs, deshalb muss er gewinnen. Ich habe 5 Euro auf Bugs, Mann. Ich habe 3 Euro auf Bugs, aber man braucht es gleich genau. Ja, ich habe auch Tipps gegeben. Ja, so Maxi, ich spiele mit, äh, mit Matzis, äh, CSU. Fick sein Arschloch, Bugsbomb! Oh, double slap. Bugsbomb! Slap, bitch! Oh, let's go, Bits. Sag tschüss zu deinem Geld, ohhhh. Maxi, du stehst doch gerade, ne? Kannst du mir noch ein Bier holen? 50$? Ja. Warum nimmt ihr denn Tennis-Schläger her? Ich habe kein Eiser im Tisch... Ich glaub, Nudelsuppe und so spielen noch nicht. Fiat ja so fachsiger Grün. Oh, gefliebt, Alter. Woll geslapt. Auf den Arsch gehauen. Haha, slap. Richtiger Bicker-Slap. Dusans Commentary ist lit. Kein Käse. 3-1. 2 extra Punkte. Let's go, Bugs. Ja, Mann, so geht's. Du musst gegen Alex. Geil. Aus irgendeinem Grund war mein Bier geschüttelt. Um das auszuhalten. Jetzt hab ich mich eingepinkelt. Endlich. Ich hab eigentlich gedacht, es ist noch zu spät, dann... So fan. Ach ja, wir müssen das noch machen. Ach so. Henry ist da draußen und ist nicht geschlüsselt. Nur das aber Spiel jetzt. Schnell. Fress auf 3. Am Samstag, weil ich mich vor ein paar Wochen mit... ... so eine Tonne, wo wir da abgedreht haben. Ach schade. Kein Party nachher. Naja, vielleicht komm ich zur Abweb-Karte. Dotfresse. Dotfresse war das? Ich war eine Dotfresse. Wann hast du dich verabredet? Nein, nicht jetzt gehen. Ach so. Und wie lange macht ihr? Ich sagte, Rolle Downsmash gewinnt das Spiel. Rolle Downsmash. Rolle Downsmash. Let's go, Bugs. Das geht ja voll. Oh, guck mal wie... Er... Er danzt. Diese Fuego-Must. Ja. Oh, guck mal, sogar die richtige Farbe. Er hat ja gefickt, er hat gelesen. War das nicht mal früher deine Farbe? Du dann? Ne. Er hat Lumas Farbe. Er hat Lumas Farbe. Oh, gesniped. Schisch, 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 schisch. Ja. Ich spiele nicht jede Farbe außer Grün, weil lieb von Nick ist. Und gut. Obwohl Lumas nicht mehr da ist. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich habe keine Lieblingsfarbe. Okay. Die dann moderne Wand. Das D in Dusan steht für Diversität. Das D in Dusan steht für Degenerierung. Guck mal wie schön der tanzt. Oh, Digga, ist ja richtig cool. Bux, komm, mach Gottmode an. Heftig am trainieren. Der, der Bux in Pools schon gefickt hat. Oh, let's go. Oh, what? Ja, Naga weiß einfach, was abgeht. Rude Schick ist halt schon der Beste. Ja, Mann, Bux, fickst dein Arsch noch. Aber Rote Schick ist halt schon auch lit. Ja, Rote ist gut. Oh nein, der umgedreht. Alles gut, nichts passiert. Ja, Mann. Hast du, hast du, hast du, alles gut. Dann kann ich edgeguarden. Ja, dann kann ich edgeguarden, sagt er. Let's go, Bux, fickst dein Arschloch. Bux, Baum, heftig am trainieren. Frozen Light auf Turnieren, nur am kommentieren. Nee, loosenen, oh. Äh. Warum an deinen rule nella base HABZ Joe1? Ich ifraAR schiene los. Wenn du letzten campierst diesen ist ja. Alex, Fox istrados! Das stimmt. Ja. Fox-Alex! Das ist official. Stört ist der Wichse. Let's go, das war's. It's over. Tschüss. Hat Paypal etwa zwei Dinger am laufen hier? Was ist los? Vortil, ich hab auch 5 Euro drauf. Das hat er ja eben schon geschrieben, dass er halt auch schon mit Bait in Wett. Bait ist halt confident. Er hat zwei Wetten angenommen. Aber Bait hat auch viel Geld, der Spaß. Er arbeitet auch. Er verkauft seine Serie, ganz ehrlich. Irgend so ein Bonzen-Shit. Das stimmt. Keine Offenbarung. Sie lieben dich. Ja, let's go, ich hab nur mit Jan gewettet, sagt er. Oh mit? Stormlight hat ihn ausgeschwiegen. Bester Reiben. Komm, Belt, du hast eh genug Geld. Oh gut. Oh ja, okay. Dann find ich fair. Oh shit. Belt ist eigentlich PC geworden, Leute. Ja, ich weiß. Er hat vorher auch schon immer einen Logger geschrieben oder sowas. Also wie das Eis, Leute. Ich hab das Meme, dass Irrfan aussieht wie Markus Söder. Oh du Scheiße. Nein, wirklich. Er sieht halt wirklich aus wie Markus Söder. Es ist wirklich so. Er sieht aus wie Markus Söder. Ich hab das erste Mal, dass ich ein Markus Söder-Bild gesehen habe. Dachtest du? Du bist so komplett unabhängig. Ich mach so, der Irrfan, oder? Ja, safe. Als Maul-Jan, warum? Was meint der denn? Sick. Weiß ich gar nicht. Aber als Maul-Jan muss auch niemen. Achso. Das ist auch, das ist auch, wo Smasht 2 oder 3 entstanden. Du warst auf Oogsmasht? Ja. Scheiße. Ne, nicht Oogsmasht. Oosmash. Ach Oosmash. Das ist schon länger her. Das ist schon etwas länger her. Das war 2011 bis 2013 glaube ich. Vier insgesamt. Und auf einem davon. Mir war halt irgendwann langweilig. Und dann hab ich halt einfach den Text auf so einer fucking Plastikeinkaufsblüte vorgelesen. Dass sie halt aus Polyethylen ist oder so. Und dann haben alle gesagt, heißt Maul-Jan. Und dann heißt Maul-Jan. Ist auch leise. Das klingt der Baum. Ja, genau. Was, du müsst leise sein! Diese Tasche besteht zu 100% aus Polyethylen. FGA ist gebrochen. Das ist wirklich auch so. Haben sie jetzt dreimal auf der A4D gespielt? Ich hab nicht aufgepasst. Äh, ja. Ziemlich sicher. Äh, was ist eigentlich der Score? 2-0, 2-0. 2-0 Buchs. Wer das auch? Levi ist im Chat. Let's go Levi, hallo. 2-0 Buchs steht's gerade? Ja, Mann. Das ist gar nicht gut. Ich kann Söder nicht mehr sehen, ohne an Vorteil zu denken, Mann. Auf dieser Weg! Da ist er wieder! Boah, Levi! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Bummsi. Alles gut! Äh, ja. Ja, das... Ja, Mann! Subgar sitzt aus dem Gegis. Nur einer entwickelt die weiter. Also, du guckst, man weiß, Gegis ist Level 1, Subgar sitzt Level 2. Weißt du nicht? Ich weiß nicht. Also, ihr habt doch... Ihr wollt ja die Schauerlein und alles. Also, ich kann das auf jeden Fall verstehen. Aber ey... Das ist ein roter Schie. Ich hänge Kreuzchen auf dem Wohnzimmer. Also, ich meine, ich weiß, dass Gegis auch ein bisschen Schie spielt. Aber... Obwohl, weiß nicht. Aber... Ich weiß nicht, ob ich... Alter, Reis im auch da! Gegis trifft gerade, Willi. Weil ich finde halt eher... Weil, ey, Gegis hat halt meistens doch ein bisschen mehr Marz. Ne, wie wenn ihr Boys kommt, müsst ihr trotzdem noch schreiben. Weil ich find's lustig. Ja, ey, ich weiß nicht, man kann da auch darüber debattieren, wo... Ja, schön, schön. Gegis ist so der Akku. Das sind... Das ist... Das eine ist das männliche Pokémon, das andere das weibliche. Oh, shit, Digga. Ne, aber... Aber... Ne, das beleidigt halt keinen, weil ich nicht sage, wer das weibliche Pokémon ist. Oh, mein Gott. Er gibt uns so die Decisions. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Das ist Schrödingers Geschlecht. Für Pokémon. Das passiert aber Schrödingers Katze. Da geht's nicht um Entscheidungen. Möchtest du, möchtest du uns das etwa ausführlich erklären, Konsti? Das kann ich euch ausführlich erklären. Ja. Schieß los. Nein, nein, das war ich nicht. Du musst wegschmeißen. Ne, Sivu ist leider nicht da. Das ist wohl schade. Das wäre Sequence, die wohl da wäre. Er könnte da sein. Boah, der Tech. Aber dafür ist Basso hier. Das ist nice. Let's go, man. Schön. Ich wurde nicht letzter, das ist ziemlich nice. Ey, Digga, wie lange spielen die denn schon? Ich glaub' ich auch nicht. Schön, 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 Junge. Hast du auch noch eins gewonnen, oder was? Ja. Nice. Obwohl, ich weiß halt nicht, wie viele Leute im Parkett tut, aber eventuell, wenn ich kacke... Auf geht's, Buchsbaum. Alles gut, er kann nicht so gut Crowdcast sein. Buchsbaum, heftig am trainieren. Schau, Rolle Downsmasht, das gewinnt. Alter, es ist halt so ein unmögliches Match. Was ist das? Ja! Fix seine Aussprache kommt. Und tot. Ah! Schön, 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 schön. Alles gut. Geht schon, geht schon. Los, Riska! Reiß die Zahm! Super! Schön, alles gut. Schön, super! Zahm reiß'n Buchs! Oh mein Gott, Alter! Sehr schön! Ruf, Digga, roll! Ab geht's, Benno, ab geht's! Jetzt fick ihn, Benno! Einatmen! Du weißt, was ab geht's, du spielst das Matchup. FOD? Fragezeichen. Auf geht's, Buchs! Leute! Ich dachte, wir machen FOD-only. Scheiße! Das nervt mich, dass Ben noch im Game ist. Ben? Wieso würdest du ihn jetzt auch noch vom Switch-Challenge machen oder? Nein, 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 nein! Er ist noch im Game, ich hab 5 Euro auf Buchs liegen. Ach so. Und Buchs, äh, vielleicht hat er gegen gewettet. Fege. Schön! Überleg' mal, das sind 10 Sterni. Leichtversammt. Jesus, Luma ist da! Alle sind hier! Alle sind hier! Digga, Jango ist hier, Alter! Also, sogar ich bin hier! Und ich bin sogar IRL hier! Schön, schön. Ganz konzentriert. Er ist ein Physikant. Du bist der bessere Spieler! Nicht gasförmig? Schön! Ja, Mann! Ich weiß überhaupt nicht, was ihm geschieht! Und wenn du es ihm physikalisch so überlegst... Oh shit, fickt! Chemisch auch! Ein Mann! Ein Mann! Wir sind ein Mann! Richtig, richtig! Er ist in seinem Kopf, Alter! Ja! Schade, schade, Mann! Brrrr! Wie es nicht kommen sieht! Auf geht's, Buchs! Du hast das! Fick ihn, Buchs! Komm schon! Er ist der 500 Meister 3000! Ja, Mann! So einfach, das ist die Antwort! Egal, Mann! Egal! 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 Fick! Ja, Mann! Guck's! Komm schon! 2-1! Hey, let's go! Ey, Digga! Das Midship ist doch auch gut! Ich kann doch einfach auf die Tauschplätze noch... Ich bin gegen Baubolleweiser! Besser Fall! Die Ätzen! Hat jemand schon gezielt? Wie oft ist das? Nicht oft genug! Amateur und Baumwolleweiser! Also es ist nicht das Amateur-Amateur-Bricket, sondern das Amateur-Pro-Bricket! Deswegen ist Obis oder Baumwolle eine von beiden schon viel viel weiter als es ist! Los geht's, Buchs! Schieß ein Tor! Das hat Gotti schon erzählt, weil er... Let's go of God! Marius, weil mein Dark Horse kriegt! Ja, meiner auch! Aber ich hasse ihn! Er ist halt arschgut! Er ist nur dum! Er ist... Das ist problematisch! So wie Rübka! Schön, schön, schön! Boah, gab's nicht mal das Mim-Mädchen-Glück? Oh mein Gott! Das war wegen Achmed! Schön, schön! Komm, Digga, schön! Schön! Ich weiß überhaupt nicht, wie ich ihn geschiebt! Achmed hat, als er gegen Jäle verloren hat, gesagt, sie hat ein Mädchen! Oh mein Rübka ist ganz cool! Und seitdem ist Mädchen nicht ein May-Mail! Versteht euch! Auf geht's, Fuchs! Komm schon! Jawoll, so geht's! Bamm-Bamm-Bamm-Jawoll! Bamm-Bamm-Jawoll! Das Bamm-Bamm-Jawoll! Ich bin's! Was auch! Bayern! Kommentator-Legende Ba-bamm-Bamm-Jawoll! BUM-BUM-BUM-BUM! Les vole! Ich bin's! Pebbles! Ey wo's ganzерros? Hier muss man vielleicht往�ר else! Scheiße! Ey komm mal, er slappt den einfach! Was glaubst du, was ist denn so unter Twitch zu klein so, dass die Downs-Mech-Dumsch-Dämmchen stattfindet? Von Nissen drin oder so? Von Nissen, Alter! Irgendwie mit Metal-Blades. Sie hat einfach so einen fucking Wespennest. Auf geht's, Box, komm schon! Das wäre auch voll ungesund in ihrem Muschi-Alten. Reiß dich zusammen, Box, geht schon! Ja! Ich sag nur... Sie hat sie so trainiert, dass sie... Hoshi, sie ist die Wespentrainerin. Ja, sie ist die Wespentrainerin. Mit Ima Woshi macht sie das. Ja, das wusste er! Schön! Schön! Richtig gut! Oh mein Gott, Alter! Oh, Alter! Richtig schön! Geiler Mann! Komm schon! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Weiß überhaupt nicht, was passiert! Was will der? Was will der? Was will der? Streng die Obwuchs! Mach's jetzt! Komm! Tu's für Berlin! Auf geht's! Oh! Final Destination also! Ist das die Final Destination? Ja, das ist die Final Destination! Und das ist Game 5, Baby! Tilt die Downs! Tilt die Downs! Also auch! Ja, Mann! Ja, Mann! Bucksbaum hat heftig trainiert! Scheiße! Gegen das Tor hat er gespielt! Das Tor! Warum kennst du das Tor? Ja, Mann! Hat mit dem Mann nicht mehr gespielt! Geil! Welchen Charakter musstest du picken, sag ich mal! Die ganze Zeit habe ich gespielt und mich gepickt wie ein Kind! Ja, gut! Was ist das? Ne... Chic aus... Ja, aus Bayern! Ist das ein Mädchen? Nein! Du hast null gesagt! Ey, Digga, er geht ein richtig Mixer auf ihn! Ja, weil es halt... Weil der Charakter bei mir nicht war! Eine Chic, genau! Ne Chic! Ey, okay, das ist relativ... Ne Chic kann auch nicht mehr sein, Alter! Was? Ja, ich glaube, das schickt ein Typen in! Ja, Mann! Schön, Bello! Ich muss jetzt einfach klarkommen und dann fährst du das Ding nach Hause! Wer lieb! Konzentrier dich! Schön! Auf geht's, Bucks! Sehr gut! Komm, Digga! Ganz, ganz überlegt! Ja, Mann! Slap ihn! Es wird geslappt! Ja, genau! Das war alles nur ein Trick, Jungs! Alles nur ein Trick! Alles gut! Lass dich nicht verarschen, Digga! Wenn du dich nochmal verarschen lässt, ich schwöre mit dir, dann kann das auch nichts werden! Dennis! Schön! Dennis! Schön! Dennis ist halt so... Genau so, Digga! Du lässt dich einfach null verarschen! Du bist so ein geiler Mann, Digga! Du bist besser als Loser! Was passiert! Okay! Schön! Richtig gut! Richtig gut! Du bist viel besser als der! Dennis hat einfach so Stimme und Schwankungen beim Anfeuern! Pass eine, Mann! Ich glaube, du solltest mir nicht den Sitz überlassen! Richtig! Ich glaube, du solltest mir nicht den Sitz überlassen! Schön! Super, super! Ich glaube nicht! Weil das ist ziemlich gemütlich! Auf geht's! Boots! Schade! Aber alles gut! Schön! Schön! Du spielst das so geil! Ruhig runter! Ja, Mann! Genau so! Genau so! Digga, deine Japs, Alter! Du riechst nach Japan! Er denkt, du körnach mir so eine Hennennadel! Ja, Mann! Komm schon, Bucks! Ja, Mann! Du hast deine Antwort, Digga! Das ist so geil! Ey, die sind gerade aufs... Komm, du bist vorne! Ja, Mann! Schön! Besinne dich auf die Antworten, die du auf seine Scheiße hast! Fertig! Unser ganzes Kommentarier! Genau das ist, was du machen musst! Guck dir die Scheiße! Einige Stunde Stress! Geil! Geil! Auf geht's, Bucks! Bavarian Krantler jetzt! Richtig geile Nähr! Kanzel ihn! Und? Alles war scheiße! Komm! Alles war schön! Digga, ein Tag-Flop macht's auch kein Mensch, Digga! Guck dir das an! Er weiß nicht mal, wie man das verwandelt! Oh! Er macht einen Down-Smash! Du hängst an der Kante alles! Klar! Er ist tot, Digga! Komm schon! Alles voll! Bumm! Smash! Er ist tot, Digga! Er weiß nicht mal, welche Richtung er die Nährtreppen muss! Oh! Was war das? Das war ein kleiner Sniper! Der Bavarian Sniper! Der Bavarian Sniper! Der Bavarian Sniper! Komm schon, Bucks! Ich werd's nie wieder ernst nehmen! Ich wollte da mal rein in den Grab! Na ja klar, warum denn nicht? Auf geht's, Bucks! Auf geht's, Bucks! Du hast das! Du bist vorne! Komm! Reiß die zusammen! Jawohl! Genau so! Jaaa! Auf geht's, Bucks! Auf geht's, Bucks! Genau so will ich das sehen! Bucks! Bumm! Jetzt muss ich hier aufnehmen! Boah, ich mach ihm mal so ne kleine Downs fashion! Da ist gar keiner! EGAL! Dennis ist nur neidisch! Ich glaub auf was! Darum, dass ich... Schaudo! 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 Oh, Bette, du bist so big brain dicker! Ja, Mann! Genau so, Junge! Schaudo! 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 Oh, du geiles Schwein!